Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter. Wir konzentrieren uns heute in diesem Video auf eine mögliche Sturmlage am Wochenende. Dass es eine Sturmlage geben wird mit Schwerpunkt im Norden und im Osten ist ziemlich sicher. Wie hoch genau die Windgeschwindigkeiten ausfallen, ist natürlich noch ein bisschen unterschiedlich in den Wettermodellen. Wir schauen uns das gleich mal an. Heute erreicht uns ja schon eine erste eher schwach ausgeprägte Kaltfront, die von Norden hereinzieht und dann in der Nacht auch Freitag auch den Süden von Deutschland erreichen wird. Und so wird heute ein Niederschlagsgebiet, was sich momentan noch über dem Norden erstreckt, weiter Richtung Landesmitte vorankommen. Ja, es erreicht in etwa so dann bis zum frühen Abend auch so das nördliche Baden-Württemberg, nördliche Bayern im äußersten Süden. Im Vorfeld der Front, da bleibt es noch trocken und die Sonne kommt auch mal längere Zeit durch. Vorsicht, wenn das Niederschlagsgebiet so auf die Mitte trifft, Mittelgebirgsraum, da ist es ja teilweise noch frostig und da kann es örtlich durchaus mal besonders dort in den Mittelgebirgen, in einzelnen Tallagen, auch wo sich der Frost noch länger hält, zu gefrierendem Regen kommen oder auch so eine Mischung aus etwas Schnee und gefrierendem Regen. Nach Norden hin lockert es schon ziemlich schnell hinter der Front wieder auf. Es folgen noch örtliche Schauer nach. Die Sonne kommt hier dann nach diesem längeren Grau auch hin und wieder mal durch. Die Temperaturen im Vorfeld der Front, im Süden noch am mildesten, aber auch nach Norden hin, da erreichen wir weiterhin deutliche Plusgrade. Es ist eine maskierte Kaltfront, das heißt so richtig kalte Luft, die kommt dahinter nicht wirklich zu uns. Am kältesten bleibt es im Bereich der Front in der Mitte, wo sie dann im Laufe des Tages ankommen wird. Wo es ja jetzt auch ziemlich frisch ist, da steigen die Temperaturen nur wenig an. Stürmisch wird es auch, vor allem an der Nord- und Ostsee. Wir schauen uns noch mal die Windgeschwindigkeiten an bis Freitagmorgen. Der Höhepunkt des Windes wird so im Norden dann in der Nacht auf Freitag sein. Wir sehen höchste Windgeschwindigkeiten so im Bereich der Ostsee, durchaus auch mal an den Küsten um die 100 km pro Stunde. Ansonsten werden es aber so im Binnenland, so etwa von Niedersachsen rüber bis in den Osten nach Mitteldeutschland, meistens eher so 60 bis 70 km pro Stunde sein. In exponierten Lagen sind auch durchaus mal örtlich 80, das heißt mal hier und da eine Sturmböe möglich. Es ist im Grunde nichts Großartiges für die Jahreszeit. Schauen wir uns die Nacht auf Freitag und den Freitag tagsüber an. In der Nacht erreicht die Front dann auch den Süden. Es schneit vor allem so in etwas höheren Lagen an den Alpen im Erzgebirge dann. Es ist aber nicht der Schneefall verbreitet bis runter. Es ist insgesamt noch zu mild, dass eben auch Schnee bis verbreitet, bis in tiefe Lagen fallen wird. Ansonsten rückseitig der Front wird es dann schon häufiger trocken werden. Wie gesagt, über den Wind hatten wir schon gesprochen. Es bleibt meistens frostfrei. Auch im Süden wird eben diese Inversionswetterlage mit dem Frost in den Niederungen eher abgeräumt. Das heißt, die Temperaturen steigen hier eher an im Vergleich zu den vergangenen Nächten, wo es ja im Süden und in der Mitte häufig frostig war. Das heißt, so um 0 Grad erreichen wir nur so in den höheren Lagen im Süden vor allem noch. Ja, Freitag tagsüber, da wird sich das Ganze schon wieder ein bisschen abschwächen. Es kommt nämlich vorübergehend wieder etwas mehr Hochdruckeinfluss von Westen auf. Die Schauer ziehen sich mehr und mehr so nach Osten und nach Süden zurück. Insgesamt bis zum Abend lassen die Niederschläge doch häufig nach. Am längsten schneit es noch bzw. Schnee regnet es so Richtung Alpen und auch so im Erzgebirge bzw. in den östlichen Mittelgebirgen. Jetzt kommen wir natürlich zum Wochenende. Wir konzentrieren uns mal auf das Sturmtief, doch ein ziemlich kräftiges Tief, was sich über Skandinavien entwickeln wird. Ja, und dann weiterziehen wird bis Sonntag zum Baltikum. Und wir sehen schon auf den Luftdruckkarten rechts deutlich ausgeprägte Luftdruckgegensätze, sehr enge Isobaren. Das deutet natürlich schon darauf hin, dass wir es mit sehr viel Wind zu tun haben. Mit Schwerpunkt im Norden und im Osten, da sind die Luftdruckgegensätze am größten. Ich zeige euch mal eine Karte für die 24-stündigen Spitzenwindböen berechnet. Das ist aus unserem Schweizer Wettermodell. Dahin tendieren doch sehr viele Wettermodelle. Wir sehen, dass durchaus an den Küsten, Nordsee, insbesondere auch an der Ostsee, Orkanböen über 120 km pro Stunde drin sind. Also so um 120 km in der Spitze, örtlich sogar mal eine 130 km an der Ostsee. Das ist so, was von den meisten Wettermodellen berechnet wird und das so im Binnenland etwa von Niedersachsen, Schleswig-Holstein rüber, so bis in den Osten, nach Brandenburg, Berlin und nach Sachsen. Dass dort eben auch mal im Binnenland durchaus eben so um die 90 km pro Stunde auftreten können, örtlich auch mehr. Ja, ich zeige euch jetzt mal das US-Wettermodell von heute Morgen für Sonntagmorgen. Das hat nämlich nochmal eine recht scharfe Welle hinterherkommen, dass in der Nacht auf Sonntag und Sonntagmorgen eben durchaus, wir sehen es recht flächig, so im Nordosten, im großen Nordosten und Osten auch über 100 km pro Stunde auftreten können. Es sind im Nordosten vor allem hier teilweise Brandenburg, Berlin, nördliches Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, auch sogar Orkanböen drin. Also hier sind mal über 120 km pro Stunde auch abseits der Küsten drin. Und das US-Wettermodell ist meistens bei Sturmlagen gar nicht so schlecht. Deswegen kann ich das nicht einfach ignorieren. Auch das sollten wir einplanen, dass eben nochmal die sehr scharfe Variante eintreten kann. Das ist doch ziemlich flächig, auch über 100 km pro Stunde, so im Norden, Nordosten und im Osten dann geben wird. Ich habe einfach mal was zusammengebaut. Das ist so in etwa der momentane Stand und wir sehen es, dass vor allem an der Nordseeküste auch Orkanböen drin sind. Hier auflandig mit dem Nordwestwind an den Küsten dann direkt. Ganz speziell aber wohl schwerpunktmäßig so an der Ostseeküste, da wo auflandig der Nordwestwind weht dann. Das heißt vor allem so auch Richtung Vorpommern durchaus etwas weiter bis ins Binnenland herein, dass dort eben auch Orkanböen 120, vielleicht örtlich sogar mal um 130 km pro Stunde durchaus drin sind. Dann gibt es diesen Streifen, wo es eben vor allem Richtung Binnenland noch ein bisschen fraglich ist, diesen roten großen Streifen im Norden und im Osten. Auch dort sollten wir mal einzelne Böen um die 100 km pro Stunde einplanen. Wie gesagt, wenn das US-Wettermodell eintrifft, dann könnten wir sogar recht flächig über 100 km pro Stunde erreichen. Es ist einfach so, wir haben jetzt heute eben erst Donnerstag. Das würde ja erst so die Nacht auf Sonntag bzw. Sonntagmorgen betreffen. Da gehen eben nochmal ein paar Modellberechnungen ins Land bis dahin. Das wird sich in den nächsten Tagen dann aber jetzt konkretisieren. Und wir halten euch hier natürlich auch auf dem Laufenden, was die weiteren Modellberechnungen sagen. Ihr könnt übrigens, ihr müsst nicht unbedingt auf ein neues Video warten, sondern könnt das Ganze auch einfach in den Wettermodellkarten selber nachschauen. Es kommen ja von vielen Wettermodellen alle 6 Stunden neue Berechnungen. Und ich verlinke euch hier oben einfach mal direkt den Link zu den Windböenkarten. Da gibt es oben so blaue Button, da gibt es die verschiedensten Wettermodelle. Da kommen in den nächsten Tagen auch noch mehrere dazu, mehrere hoch aufgelöste Wettermodelle. Da kann man einfach mal so vergleichen, was laufend neu berechnet wird. Wie gesagt, Update der Modelle, so alle 6 Stunden, einige alle 12 Stunden werden die neu berechnet. Schaut einfach mal nach, Link findet ihr bei YouTube hier oben in den Infokarten. Ja, wir schauen dann nochmal an, was zusammengefasst am Wochenende anstehen wird in Sachen Wetter für den Samstag und den Sonntag. Wir sehen, am Samstag wird erstmal so am Morgen und am Vormittag ein Niederschlagsgebiet, meistens als Regen, über den Norden und den Osten hinweg schwenken. Und rückseitig wird es doch erstmal wieder trocken werden, es folgen dann später aber wieder einige Schauer nach. So nach je weiter man im Westen, Südwesten und Süden ist, desto weniger Niederschlag wird wohl ankommen, desto weiter ist man hier einfach von dem Tief weg. Anfangs kann es vor allem im Bereich der östlichen Mittelgebirge auch noch Schnee geben. Wir sehen recht gut durchmischte Luftmassen erreichen uns mit dem Wind. Ich habe Windsymbole im Norden und im Osten dran gemacht, aber wahrscheinlich erstmal zunehmender Wind, 60, 70 Kilometer pro Stunde Höhepunkt, wie wir gerade gesehen haben, wahrscheinlich erst in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen. Das ist momentan so ein bisschen her vom Timing der Ablauf. Am Sonntag dann zieht sich das Ganze schon wieder ein bisschen zurück. Wie gesagt, Höhepunkt des Sturms durchaus noch am Sonntagmorgen im Osten und im Nordosten. Ansonsten aber so ziemlich sicher Richtung Nachmittag, deutlich nachlassender Wind dann. Ja und wir sehen auch schon, die Schauer werden wohl insgesamt nach Westen und nach Südwesten schon wieder deutlich nachlassen. Überwiegend trocken, vor allem so im Osten. Richtung Sachsen auch, Erzgebirge Bayern, östliche Mittelgebirge Alpen, da kann es noch häufiger Schauer geben. Teilweise als Schneeregen oder Schneemal, auch bis in tiefe Lagen, aber es ist eben kein richtiger Wintereinbruch. Neuschnee am ehesten so in den östlichen Mittelgebirgen, Erzgebirge und Alpen ist dort zu erwarten. Das war erstmal der Blick so Richtung Wochenende. Wir werden uns später in einem Video auch noch damit beschäftigen, was dann in der neuen Woche ansteht. Mit dem Ausblick auf die Mittelfrist. Ich sag mal, bis später, macht's gut und ciao. Wir werden uns später in einem Video auch noch mit dem Ausblick auf die Mittelfrist. Vielen Dank.